Eine einfache bahnbrechende Methode, die nicht nur die normalen Werte ihrer niedrigen Thrombozyten wiederherstellt, sondern dies auch ohne Invasiv-Operationen oder verschreibungspflichtige Medikamente tut. Es gibt eine hundertprozentige natürliche Alternative zu Steroiden, großen Krankenhausrechnungen oder noch schlimmer, eine vollständige Splenektomie. Sie können jetzt die Blutplättchen auf natürliche Weise in sehr kurzer Zeit erhöhen. Wissen Sie über die kostengünstigeren Hausmittel, die helfen. Die Blutplättchen zu erhöhen, ihre Zerstörung zu verringern und die Überlebenschancen von Blutplättchen in der Blutkrümmung erheblich zu erhöhen. Retten Sie das Leben während eines Dengue-Anfalls, indem Sie natürliche Heilmittel verwenden. Um die Thrombozytenzahl sofort zu erhöhen, erhöhen Sie den Blutplättchenspiegel nach einer Krebsbehandlung oder Chemotherapie erheblich. Die besten natürlichen Heilmittel zur Erhöhung der Blutplättchenzahl während der Schwangerschaft. Erfahren Sie mehr über die hochwirksamen Kräuter, die Ihnen helfen können, Ihre Blutplättchen zu heben, und über die beiden Vitamine, die Sie benötigen, um das Fallen dieser Blutplättchen zu verhindern. Befolgen Sie die im Leitfaden zu natürlichen Heilmitteln für niedrige Thrombozyten aufgeführten Vorschläge, um Ihr Problem mit niedrigen Thrombozyten ein für allemal zu beseitigen. Der vollständige und umfassendste Leitfaden zu niedrigen Thrombozytenzahlen und Thrombozyt-Opnie. Der Leitfaden befasst sich ausführlich mit Ursachen, Behandlungsoptionen und natürlichen Heilmitteln für niedrige Thrombozytenzahl. Besuch In krisblatt-blätlets.info Zu wissen, wie man Blutplättchen schnell erhöht, zählt natürlich und schnell ohne komplizierte Medikamente. Klicken In krisblatt-blätlets.info In der folgenden Beschreibung finden Sie den Leitfaden.